Binde Ist halt lächerlich wenn man kein Ausdauer mehr hat Ja da macht ja immer so Bimboschläge Ja Hat's da oben nicht oben was Hier ist das Lache Ich meine ganz oben auf dem Sendemast Das weiß ich nicht Licht ist an Wie Licht ist an Das Licht ist aber an Echt? Hast du es wohl schon angemacht? Ja Ich habe den Zombie geköpft Ich glaube du hast es noch nicht angemacht Ich habe es auch gemacht Ich glaube nur nicht für den Turm Ich glaube du hast es noch nicht sichert Ich glaube du musst höher Ich rede aber vom Turm Ich habe es gar tun derart gemacht Da kommt man halt nicht so schnell hoch Als Ninja macht man das Kommt man hoch Das will ich sehen Ich muss jetzt auch wieder von außen halten Und dann stirbt man ja noch von ganz oben runter will So wie jedes Mal Wette Da bin ich mir sicher Da verreckt man dann wieder weil man ganz oben Von ganz oben runterhupfen will Sicherlich Sicherlich Ich weiß nicht mal was es da oben hat Ich glaube aber wir sind schon wieder zu weit Das weiß ich nicht Ich glaube das kommt noch Also wir sind zu weit Echt? Echt? Bist du sicher? Ich weiß es nicht Ich dachte wir sind schon zu weit Ne ist immer nett Ah da ist es also noch Da ist es Was gibt es da oben wohl? Oh eine Flagge Hat es was zum runde hüpfen? Nichts wo ich sehe Nichts auf die schnelle Nä Allseherlich hat es da unten irgendwie etwas Wo du drauf hüpfen kommst Oder wieso sollst du es hier so haben? Keine Ahnung Ach mach mal ist das für YOLO YOLO Ja YOLO Ach man Bisschen der Herkunft Ja aber beide so knapp verfehlt Genial Da kann man selbst nur begehen Ey wie knapp aber Wie genial Ja wie knapp Also war da doch was in dem Müllcontainer da Ja Ja Ne ich bin dran ist Und ich bin richtig schön neigehämmert in den Müllcontainer Genau da neigehämmert Genau da neigehämmert Das ist ja ja Du Dänig Hüpf nicht drunter Mach schon ne Du vergehst bloß Es wird dein Ende Und da fehlfehl ich wieder die Müllsäcke Es ist auch so erbärmlich Überall wo man safe landen kann der Treffin Da komm mal zu mir Bei mir hat es was Was hat es da? So ein Paket Wo bist du? Hier im Wasser Bist du im Wasser? Ja ich bin doch ganz in den Nies Sie ist nicht auf der Karte Doch Ach du bist da drin Das sind viele Zumbies Bist du auch durch das Gift gerannt oder nicht? Nö ich leider nicht Wieso? Ich frag bloß Ich sammle gemeine Pflanzen ein Geh weg Man müsste nicht noch den Job kriegen für sich Oder besorgen meine ich Ja Den vermisst man irgendwie Ich hab ihn endlich noch nicht Ich hab ihn nicht noch nicht Ich hab ihn 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 noch nicht Ja Rennen und treten gleichzeitig Ja Ich hab ihn noch nicht Rennen und treten gleichzeitig ja was machst du eigentlich ich bin auf dem weg zu dir das lachen ist schon geholt ich hab's gesehen es ist da es ist schon geholt ab zum nächsten ich hab's schon ausgewählt man bist du heute wieder flott unterwegs ja ich versuche überall was nützlich zu finden und du rennst schon wieder rum ja wenn wir ausgemacht haben wir machen die lache dann machen wir die lache dann bin ich hinter so einen zaun gefangen eine tolle wurst kannst du mal was richtig machen wenn man denkt da ich in so einen short garden erst kommt man rein und dann immer raus aus so einem scheissgarten dann geht man auch nicht in so gärten dann muss man einmal ums ganze lache denn das ist nur ins lache rum kann ich das ist ja fürchterlich ja das ist ja fürchterlich ja schon einige ich versuche hinzukommen ich versuche hinzukommen ja wenn du so weit voraus rennst da kommt man nicht hinterher ja geht mal doch nicht in die gärten neu ich weiß macht man nicht doch da könnte ja was drin sein da könnten ja auch zombies drin sein die einen fertig machen ne mich doch nicht man macht die man städte holen was ist man macht die man städte holen na die braucht es nicht die entwicklerwaffe die so richtig op ist die hat 400 damage von Anfang an die braucht halt schon einiges wir haben sowieso schon einiges davon die Zuschauer haben keinen Spaß daran wenn wir mit denen rumren na kommt jeden zombie 1 schaffen ja macht kein spaß wenn wir uns durchfisten das ist echt genauso lang unweilig ja da machst du halt nichts anderes als das na das ist es ja ja hat sie wieder gemeine pflanzen brauchst du die aber wirklich ja damit kannst du halt später medikids herstellen von dem her und so langsam wird es dunkel ja die kommt nun nochmal in der scheiß lagern also da drüber tipp ah ne das ist noch keine affe wo bist du grad weil du mal im sende machst aha öffne mal nicht schnell mach das oh medikids da bin ich kann man nie genug haben öffne einfach das nächste ja ich öffne hier die kiste ja bei mir hat sie auch nochmal so einen kranken waren was wir gemacht haben ist dass wir die lautstelle vom spiel runter gestellt haben unter anderem habe ich silky wolf auch ein neues headset gekauft weil all das ist kaputt gegangen dann daran liegen nachdem man drauf gestiegen ist ja weil ich das auch auf dem boden mit dem weg kann es bloß du gewesen sein ich mach doch sowas nicht ich mach doch sowas nicht ganz besonders du doch jetzt haben wir eine waffe ich kann mal abgeben was für eine waffe wir haben eine lass mich sehen auch eine deutsche 9mm pistole ich habe nur acht schuss mit der ich habe nur acht schuss mit der was hast du jetzt wieder gemacht am molotov geworfen am molotov geworfen anstatt irgendwas anderes ah jetzt gehst du mal nicht du hast einen übersehen da ist nochmal wo einer ich glaube ich weiß wo der muss sein unter der da ey ich bin kaputt schießen da ist aber irgendwie nichts da ist drauf ne der ist in dem stockwerk der war am stockwerk drüber drüber war der ja im wohnzimmer dann machen wir das lager sicher so wo hat es den schaltegel da da ist das nächste wir haben nur vier lager zu gehen machen warte ne nehmen wir erstmal das hier drüben welches ist das das wo ich ausgewählt habe ich glaube das war das gleiche wie ich ausgewählt habe echt wir haben es doppelt ausgewählt ja macht aber nichts lieber zweimal ausgewählt als zweimal muss ja immer vorsorgen bevor es dunkel wird ja falls es dann mal zu hart wird falls es dann mal zu hart wird ich bin so schlecht ich werde wieder überall hängen oh mein gott hat sie viele zombies oh mein gott hat sie viele zombies oh mein gott hat sie viele zombies Vielen Dank.